hallo ich habe mir die you you good kamera full hd besorgt als webcam hier ist sie jetzt angeschlossen per usb an windows computer es hier verfügt über zahlreiche ausstattungsmerkmale wie jetzt zum beispiel ein usb mikrofon dann eben dass sie als webcam funktioniert das usb mikrofon das ist das usb mikrofon lässt sich auch ganz normal ganz normal einstecken bei der kamera ist auch noch ein weitwinkel dabei das lässt sich auseinander schrauben dann kann man im prinzip die kamera also das objektiv auch als makro objektiv verwenden das ist richtig cool die kamera hat noch einen akku dabei habe ich gesagt zurzeit verwende ich sie am computer dazu gibt es noch eine fernbedienung damit man im prinzip die auch aufnahmen machen kann also videoaufnahmen von remote dann noch ein hdmi kabel usb stecker ladekabel also ideal für viele einsatzmöglichkeiten also ich finde es richtig cool ich habe gerade ein video produziert das würde ich jetzt demnächst online stellen